Elekons Batloga-Linie umfasst Fledermaus-Überwachungsgeräte für jeden Bedarf. Ich werde Ihnen unsere Echtzeit-Ultraschall-Recorder kurz präsentieren. Alle Geräte verwenden das gleiche sehr empfindliche FG-Black-Mikrofon und alle verwenden eine gemeinsame Basis von Funktionen wie, zeitgesteuerte oder direkte Betriebsarten, Aufnahme von Standard-Waff-Dateien auf SD-Karte, Speicherung von Zusatzdaten wie Temperatur, Aufnahmeort, Triggerfrequenz zu jeder Aufnahme und verschiedene automatische oder manuelle Triggerfunktionen. Die Analyse-Software ist im Lieferumfang enthalten. Der Batlogger C wurde für die unbeaufsichtigte Langzeitüberwachung entwickelt, wie etwa für Windkraftgutachten oder Umweltstudien. Er ist voll ausgestattet mit internen GPS- und GSM-Modulen. Der robuste, wasserdichte Koffer gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. Das Gerät kann mit einem oder zwei Lithium-Ionen-Akkus, mit einer Betriebszeit von bis zu 100 Stunden, verwendet werden. Mit einem optionalen Photovoltaik-Panel kann es praktisch für immer laufen. Die integrierten SMS- und E-Mail-Funktionen halten Sie über den Gerätestatus und die gemachten Aufnahmen, auf dem laufenden. Diverses Zubehör wie Stative, Schutzausrüstung oder externe Stromversorgung ergänzen den Batlogger C zum perfekten System für Ihre passiven Fledermausüberwachungsaufgaben. Der Batlogger A ist ein kostengünstiges, passives Fledermausüberwachungssystem, um für einige Tage im Wald aufgestellt zu werden. Die sehr kleine und unauffällige Box ermöglicht eine einfache Installation. Trotzdem beinhaltet das Gerät alle wichtigen Funktionen um Fledermausrufe in bester Qualität aufzuzeichnen. Eine Betriebszeit von bis zu drei Nächten mit Standard-AA-Batterien ermöglicht es, die Aktivität an einem Ort im Detail zu erfassen. Der niedrige Preis ermöglicht es Ihnen mehrere Geräte einzusetzen und mit diesen verschiedenen Orte gleichzeitig zu überwachen. Der Batlogger M ist unser Universalsystem. Er ist sowohl für den mobilen, aktiven Betrieb auf Exkursionen sowie auch für die passive Überwachung geeignet. Das handliche Gerät kann als Fledermausdetektor mit automatischer oder manueller Aufzeichnung verwendet werden. Die integrierte, heterodyne Live-Mithörfunktion kann über Lautsprecher oder Kopfhörer ausgegeben werden. Durch das integrierte GPS wird der genaue Aufzeichnungsort mit jeder Aufnahme gespeichert und ermöglicht die spätere Verwendung der Daten mit Geoinformationssystemen. Mit dem integrierten Lithium-Ionen-Akku läuft das Gerät 18 Stunden. Für längere passive Überwachung kann der Batlogger M mit der Strongbox erweitert werden, welcher eine zusätzliche Laufzeit von 16 Tagen und Wetterschutz bietet. Alle Aufnahmeparameter und Einstellungen der Geräte können mit der Bartpass-Editor-Software am Computer konfiguriert werden. Mit der übersichtlichen und leicht zu bedienenden Anwendung können die Geräte schnell und einfach für unterschiedliche Einsatzszenarien eingerichtet werden. Die Aufnahmen können mit der mitgelieferten Bart-Explorer-Software analysiert und klassifiziert werden. Die Daten werden in den Computer importiert und ausgewertet. Die Fledermausrufe werden automatisch erkannt. Verschiedene Werkzeuge wie flexible Spektrogram-Ansichten, Audio-Ausgabe oder Artvorschläge unterstützen Sie beim Klassifizierungsprozess. Statistiken, Filter und Exportfunktionen erlauben es Ihnen, die relevanten Daten schnell zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bartlogger.com